ja hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir dem aqua painter aka aoli die folge 29 von der steampunk anlage der hintere teil mit dkw die abfahrt und der vordere teil das sollte das thema sein wir haben es gerade gelesen ja ich würde sagen beginnen wir doch einfach mal hier was wir im ganzen anfang gesehen haben dass wir den schraubzwingen das war übrigens für den außen teil der anlage das sehen wir noch mal aber jetzt kommen wir mal zu dem was wir gerade sehen und zwar ging es hier links oder hier sehen wir gerade hier die strecke in der mitte die nach hinten weg führt das ist praktisch von der von dem anschluss den wir letztes mal gebaut haben der zweispur hier entstanden ist der führt sozusagen nach hinten in den untergrund den sehen wir also nicht mehr später das also dann verschwunden und hier sehen wir auch rechts die durchbrüche die sind eigentlich die gleichen wie oben nochmal das heißt wo ich die kehrschleifen nach außen gezogen habe so dass sie noch mehr platz verschaffen und mit keinem platz verschwenden innerhalb des ganzen schrankes jetzt hier eben habe ich die dkw da rechts hingelegt da hinten liegt sie und da wird sie auch nachher hingebaut werden das heißt das werden wir auch gleich sehen wie ich sie praktisch vorbereite dabei euch wieder ein weichen konstrukt hier rechts sehen wir so kleine stückchen dann kommt die dkw und auf der linken seite von der weiche da kommt noch mal eine normale war ich mit hin und hier sehen wir sie von der rückseite wie ich es jetzt immer mache mit den kleinen mikrolitzen die mir die weichen herzstücke noch mal separaten mit strom versorgen um später weil diese beiden weichen die wir jetzt hier sehen die werden später auf der anlage nicht zu sehen sein das heißt sie sind im untergrund verschwunden und deswegen muss ich immer schauen dass ich irgendwo und irgendwie alles was so schlecht erreichbar sein wird später ja sowieso gut wie möglich baue und deswegen übrigens auch da die pappe da unten drunter damit sichere ich sozusagen das weichen konstrukt mir noch mal ab kommen aber gleich noch mal zu jetzt bin ich erst mal beim löten und auch hier wie ich bei der wende schon beschrieben habe ist es natürlich wichtig dass das ordentlich gemacht ist bei mir dass das wirklich gut verlötet wird dass auch die kleinen britzen die da ich mit rein gefeilt habe dass sie auch so gut wie möglich ausgefüllt sind mit lötsinn und jetzt kommt das schleifen wieder da verwende ich ja jetzt hier das 1500er schleifpapier das ist übrigens ein schleifpapier was ich mir gewählt habe oder gekauft habe wo dran stand für weiche materialien da gab es auch welches für harte materialien und das verweiche da war ich jetzt der meinung dass speziell das lötsinn was ja weicher ist dann zuerst angegriffen wird bevor es mit die weichen angreift und was man jetzt hier so hektisch hin und herwedeln sehen das ist mein sechstausender schleifblock da steht zwar mal 8800 drauf ist aber 6000 hier kommen wir zu der pappe dahinter noch mal die ich jetzt hier mit sekundenkleber verleihe die ja weil wie gesagt das wird ja das führt ja gleichzeitig raus aus dem schrank und das muss fest sein und da habe ich einfach keine lust dass ich später da vielleicht irgendwas sich bewegt oder irgendwie ja was auch immer ich mag es jedenfalls nicht dass es mir probleme bereiten wird das auch ein bisschen länger weil ich ja die zwei geraden stückchen mit reingemacht hatte und die sollen ja verhindern dass wenn jetzt doch mal dampfloks fahren dass wenn die in die dkw rein rollen da gibt es probleme habe ich schon von manchen gelesen und auch gesehen in der video wo dann vielleicht die vorschubräder von den dampfloks da nicht richtig oder dkw fahren und die loks dann wird entgleisen und deswegen sind da jedes mal eine gerade davor kommt obwohl ich mir wirklich leisten konnte platztechnisch aber hier sehen wir es jetzt schon wie es verbaut werden soll ich habe alles noch mit pinnadeln da angeheftet um ja erst mal zu probieren funktioniert das hier rechts guckt übrigens raus was da gerade verschwindet funktioniert das überhaupt und ja hier sind wir ich springe schon wieder hin und her hier sind wir jetzt im außenbereich das gleiche wie oben noch mal unten entstanden die beiden gleise die auf der rechten wandseite sind die werden ja später zu dem anlagen teil nummer zwei kommen aber das ist ja noch musik das habe ich ja schon mal gesagt das dauert alles entschuldigt übrigens wenn ich mit der stimme ein bisschen zu tun habe ich habe mich irgendwie erkältet aber egal und hier hinten sehen wir jetzt das gleis was ich ganz am anfang gelegt hatte das soll da weiter geführt werden und führt hier vorne was also im freiluft darum baumelt das wurde jetzt hier hinten erst mal fixiert wurde es dann auch verlötet das habe ich jetzt nicht gezeigt ich zeige also nicht mehr jede nötstelle das habe ich schon mal gesagt das bringt nichts weil ist ja irgendwo immer dasselbe und das ist nachher dann auch alles zusammengebaut und hier stets verbindung zur mittleren ebene das heißt da geht es nach links und das ist die abfahrt zum späteren hauptteil der steampunk anlage hier sind die riet kontakte verbaut die ich ja immer vor jede weiche verlegen ob ich sie später mal brauche oder nicht ist das mal dahingestellt ich mache es einfach grunde genommen zur absicherung meiner weichen falls ich wie gesagt meinen stumpfen teil falsch rein fahrer dass die noch schnell geschaltet wird vorher aber inwiefern ich das noch verwende oder ob ich da mal belegt melde oder was weiß ich das ist ja auch völlig egal im grunde genommen ich habe es jedenfalls immer überall eingebaut man sieht einen grauen kabel bei mir überall wo graue kabel hängen sind die rät kontakte eingebaut verbaut und ja da bin ich dann wieder immer auf der sicheren seite irgendwo dasselbe sieht man ja auch mit den roten kabeln die überall unten hängen das sind immer die stromversorgung die habe ich ja so oft eingebaut wie es wahrscheinlich nie nötig sein wird aber ich bin ehrlich ich habe keine lust später mal probleme zu stoßen oder ich habe vielleicht bei einer anderen idee dass ich da vielleicht mal eine strecke zertrennen muss und da irgendwas ach was weiß ich jedenfalls für dann später über eine ringleitung oder eine sogenannte aorta der strom rings um die ganze platte rings rum oder platte ist es ja nicht aber in meiner steampunk anlage hier rein so dass ich immer die möglichkeit habe irgendwas zu machen hier vorne übrigens der stromanschluss den ich lege der ist für eine kehrschleife da ist ein kehrschleifen modul vorgeschaltet und brauche ich ja ich habe jetzt mittlerweile die vierte kehrschleife feines deutsch die mitte mittlerweile die vierte kehrschleife hier eingebaut gott das schneide ich nicht raus übrigens und ja da ist doch einiges an wirrwarr an ein hin und her und vor und zurück hier drin klappt aber wunderbar also ich will ich bin ja schon ein bisschen weiter als ich jetzt hier im video zeige ich habe also die tests schon laufen ich wäre also das nächste video wird wahrscheinlich mal so ein reines fahrvideo sein ich habe da noch zwei provisorische streckenteile eingebaut eine sehen wir am ende des videos noch die andere ist gerade entstanden zeige ich erkläre ich aber im nächsten video das wird wahrscheinlich ein kurzes video werden wo muss man einfach mal alles abgefahren wird was hier so gebastelt und gefriemelt habe um ja damit muss wieder vorbereiten können dann auf die spätere landschaftsgestaltung was ja jetzt irgendwann mehr oder weniger folgen wird das heißt da kommt noch ein bisschen was da muss die untergrundbeleuchtung noch gelegt werden da müssen ja die stromanschlüsse müssen unten alle an sich mal angeschlossen sein das kann ja hier nicht so wild alles mehr rumhängen und wird dann dementsprechend schön gemacht ja hier sehen wir jetzt noch mal die lok vom hinteren teil also von dieser mittleren verbindung aus über das über die dkw oder doppelkreuzungsweiche rüberfahren funktioniert sehr gut ist auch alles schön ausgeglichen da ist nichts was da holpert und springt die stromversorgung läuft gut hier sehen wir jetzt den neuen äußeren teil jetzt hier unten ein bisschen dunkel weil oben drüber das andere brettner ist und hier bleiben wir an dem der trennstelle wieder stehen war ja da wie gesagt das kehrschleifen modul noch nicht angeschlossen ist ja ich denke mal mit diesen bildern wird das für heute schon bald gewesen sein jetzt wenn wir gleich noch ein bildchen sehen hier ist es genau die provisorische verbindung hier wird also später eine brücke entstehen hier vorne wo das hölzer noch zu sehen ist das bleibt also nicht so das ist nur angeheftet irgendwo und ja sei gespannt auf die nächste folge da kommt die testfahrten auf euch zu oder auf uns zu ich bin ja auch da alles klar an der stelle verabschiede ich mir erst mal mach schön gut ein aquapainter aka uli tschüss